Nö, Bammel nicht. Also eher so auch Spaß mal, dass man irgendwie, ich gucke ja viel Fußball und schneide auch viele Szenen von anderen Mannschaften mal raus, wenn da gute Sachen passieren. Dann erschrickt man schon manchmal, dass man denkt, oh, gegen die spielen wir ja vielleicht in ein paar Wochen. Aber Bammel jetzt nicht, sondern eher Freude so, sich mit denen zu messen. Das ist ja auch das irgendwie, was Bundesliga ausmacht, warum wir auch stolz sind und glücklich sind, in der Bundesliga zu spielen. Weil wir die Chance haben, mit Holstein Kiel sich mit den Besten zu messen und nicht mit einem Freundschaftsspiel, sondern mit einem Spiel, wo es um Punkte geht. Und ich glaube, das ist das, was uns antreibt, dass wir uns mit den Besten messen wollen. Und das ist das, was am Samstag auf uns zukommt. Ja, jede Woche ist Zeit, dass wir Punkte holen. Aber trotzdem ist ja so, ich sage immer, wenn wir jetzt, wenn der 15. Spieltag bei Hoffenheim, der 16. Spieltag bei Wolfsburg, dann würde man gar nicht so drüber reden. Dann hätten wir halt zwei Spiele verloren mit einer ordentlichen Leistung und das wäre alles okay. Jetzt ist halt der Start und wir haben zweimal verloren. Deswegen ist es irgendwie so, es wird irgendwie Zeit, Punkte zu holen, dass die Jungs auch merken, da kommt was dabei rum. Und es ist nicht nur so, wir spielen ordentlich mit und verlieren. Und deswegen wird es Zeit, Punkte zu holen. Trotzdem wissen wir um die Qualität der Gegner, um die Qualität der Gegner, gegen die wir gespielt haben, um die Qualität des Gegners, gegen den wir jetzt spielen. Und trotzdem treten wir an, um Punkte zu holen. Fertig. Und ob wir es jetzt schaffen, werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall alles dafür geben.